So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute möchte ich einfach nur mal, das wird jetzt nicht allzu lang werden in das Video, einfach mal einen 67er Rift laufen und hoffen, dass es klappt. Ich hoffe, das geht auch jetzt nicht schief. Ich will auch jetzt nicht lange rummachen, wir fangen gleich an. Ich sag mal, auf geht's. So, 67er und ab. Nur, dass das ein gescheites Rift hier ist. Nichts irgendwie allzu kompliziertes. Irgendwelche doofen Gegner, welche die mir auch Progress bringen. Äh, bring, Progress bringen. Ah, hier ist ja gar nichts, ey. Boah, hier ist überhaupt nichts los. Boote Hose. Ah, endlich. Ich brauche noch mehr Gegner. Wo ist denn jetzt der Gelbe hin? Da ist er. Irgendwo. Da ist er. Ich brauche noch. Na komm So langsam könnte er mal sterben Sonst wird das nämlich hier alles ein bisschen zu eng Haut mich Was haben wir denn da Oh Das ist schon mal sehr gut Wir machen mal gleich mit an Dürfte das hier auch relativ fix gehen Mit Machtschwein Noch ein paar mehr Oh ich glaube das ist schon mal ganz Das ist schon mal sehr gut Ja das wird auf jeden Fall was Mal gucken welcher Platz das dann wird Das sieht gut aus bis jetzt Das sieht richtig gut aus Wenn das jetzt so bleibt Na wieder ein gelber Ich warte immer noch Hau mich doch mal einer von euch Kommt da nicht durch Juhu Wo ist denn der jetzt Kommt der auch mal Dieser Dicke Der steht die ganze Zeit im Weg Der kommt nicht Das ist super Das nützt nichts Das dauert zu lange Und der Dicke steht mal wieder im Weg So man sollte dafür sorgen Dass der auch brennt Mehr Gegner holen Mehr Schaden holen Das sieht doch schon gut aus Niemand kann mich aufhalten Was ist denn jetzt der andere gelbe da hinten Hallo Der lebt ja immer noch Das gibt es doch nicht Ich zünde ihn an Der sollte doch normalerweise bis zum Tode brennen Aber irgendwie Will der das nicht Das wollen die irgendwie alle nicht Kann das sein wenn man zu weit weg ist Dass das dann aufhört Ich vermute das ja Mittlerweile Ja hier kommt ihr wohl nicht an mich ran Mit euren Ketten Mal gucken Haben sie jetzt aufgehört zu brennen Ich brauche Heilung Diese Hand Gefällt mir gar nicht Na nun komm Glück können Hurra Das sah eben noch besser aus Aber wenigstens stimmt die Dichte hier Ich brauche es nicht an zu greifen Ich brauche es nicht an zu greifen Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten Na komm Der letzte kann jetzt auch nochmal in mir sterben Hurra Hoffentlich kommt jetzt nicht irgendein Ah das ist gut 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 Na Nicht festhängen Na gut also merke ich gerade wenn man also viel zu weit weg geht dann hören die natürlich Aufzubrennen aber das hätte ich eigentlich auch wissen müssen Das war ja früher auch so Das war ja früher auch so Das war ja früher auch so Desto mehr von euch desto besser Ich hab da nichts gegen Na wird eng Wird eng Sicherlich hätte ich das noch besser machen können Ich hätte aufhalten lassen von so einem der so lange dauert weil keine Gegner in der Nähe sind Unglaublich wie gut ich bin 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 Der Falkalwächter ist hier. Och nö, oder? Och egal, der gibt mir ja Bonusschaden. Was soll's. Da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Egal, Zusatzschaden. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er? Hat er dann ne Bubble gemacht und ich kam da nicht rein. Wo ist er? Ja. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin schwer verbunden. Aua. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ich brauche Heilung. Ich bin geheilt. Ups. Ah, das ist so eng hier mit dem dünnen Ratten. Aber das haut hin. Ach, jetzt aber nicht sterben hier. Hurra. Rang 124. Top 100 hat doch nicht gereicht. Na ja, immerhin. Ja, das war's. Macht's gut.